willkommen zurück bei rocket league season 15 so hier wollte ich gucken als nächstes hätten war diese raketenspur könnte ganz cool sein ich löse jetzt einfach was ein hier würde die vielleicht mal ins auto packen ich weiß gar nicht wir haben die blitzen und was haben wir der anderen seite sie sich dort irgendwo blaues auto ok ach scheiße zeigt es ja ich mache immer wieder den selben fehler dann packe ich das jetzt hier auf das gelbe auto oder orange so 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 das war so gut so 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 das hätte schief gehen können so das wäre doch jetzt die gelegenheit gewesen ich glaube da war keiner am tor so 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 nice 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 das ist gerade so ein erfolgs erlebnis auch mal wieder mvp sehen schön wie viele spiele hatten wir jetzt schon also ich will auf jeden fall renkt werden hierbei ich vermute mal das wird irgendwie martin sehr niedriges platin werden oder vielleicht sogar gold ich weiß es nicht schön diese tormusik hätte ich so gerne alter der arsch aber ich sowas hasse auch so hofft er nicht schön geblockt nein das war auch ein kuddelmuddel schön oh ey ernsthaft come on come on gut das ging fix ui die war sogar deinem team das habe ich gar nicht mitgeschnitten wie wir haben wir uns denn geschlagen zwei vorlagen hatten wir oder doch ist okay gut morgen war unser spitze bedanke mich bis dann nein 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 nein